Ein Liederposta Ein Liederposta spielt der Zigeuner und seine Geige lacht und weint auf dem Blick. Denn aus geheimen Träumen ist sein Liederdacht, es trägt der Wind die Weise leise durch die Nacht. Ein Liederposta spielt der Zigeuner und seine Melodie verklingt im Herzenlied. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020